Herr Peter, du sagst immer das Gleiche, ich soll die Dinge so akzeptieren, wie sie sind, ich soll meine Emotionen akzeptieren, ich soll meine Lebenssituation akzeptieren. Warum kommt da immer das Gleiche? Ich will doch irgendwie glücklicher leben, ich will doch aus dem Stress rauskommen, ich will doch die Ängste, die Frustration, die schwierigen Emotionen loswerden, ich will eine glückliche Beziehung leben und ich will irgendwie im Beruf erfolgreich sein. Peter, das kann doch nicht der Weg sein, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Die Sache ist die, wir dürfen hier eine Sache verstehen. Wir Menschen haben alle die gleiche Sehnsucht. Wir haben die Sehnsucht nach Freude, wir haben die Sehnsucht nach Liebe, wir haben die Sehnsucht nach diesem tiefen inneren Frieden und wir haben diese gesellschaftliche Programmierung, dass dies sich einstellen wird, wenn das Leben den eigenen Vorstellungen entspricht, wenn die Beziehung perfekt ist, wenn im Beruf alles passt, wenn ich top gesund bin, top aussehe, wenn in meinem Leben außen alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dann sitzt du vielleicht da und denkst dir, naja, ich will ja nicht irgendwie die Traumwille und ich will ja nicht irgendwie den Traumpartner, sondern mir reicht dieses Kleine oder das möchte ich noch haben oder ich möchte doch einfach nur gesund sein. So hat jeder seine Vorstellung, die er nachjagt, auf dir das eigene Glück projiziert. Wenn das in meinem Leben ist, in der Zukunft, dann bin ich glücklich. Gaudame Siddhartha, das war der Name des Buddhas, Buddha selbst, wusste, dass das ein Hamsterrad ist. Es ist wie dieser Esel, der der Karotte auf einem Stab hinterherläuft. Denn indem wir den Dingen hinterherlaufen, treten wir in so viele Fällen gleichzeitig. Der erste Fall ist die, und die sehe ich immer wieder in meiner Arbeit, die Menschen, die nie gelernt haben, diesen Moment zu genießen. Für diese Menschen machen Ziele keinen Sinn. Denn sie setzen sich Ziele. Und wenn sie glücklich sind, erfüllen, sind diese Ziele mit Erfolg gegrünt, aber sie haben auf dem Weg dorthin verloren, den Moment zu genießen. Dann kommen sie an diesem Ziel an und denken sich, Hey, ich bin ja immer noch nicht glücklich, ich bin immer noch nicht erfüllt. Und weil sie gesellschaftlich in der Leistungs- und Konsumgesellschaft so konditioniert sind, dass sie glauben, okay, dann muss es beim Nächsten liegen. Jagen sie dem Nächsten hinterher, bis die Menschen ausbrennen und irgendwann die Ernüchterung kommt. Der nächste Aspekt ist der, warum wir die Dinge akzeptieren sollen, wie sie sind, ist, weil das, was uns ja dort innerlich antreibt, sind Emotionen. Es ist eine Emotion von Frustration, eine Emotion von Ungenügenheit, vielleicht eine Angst, eine Angst, dass man nicht genug hat, eine Angst, dass alles zusammenbricht, eine Angst, dass man abgelehnt wird, eine Angst, dass man nicht geliebt wird. Es ist eine Angst, die einen antreibt. Und wenn ich es akzeptiere, wie es ist, müssten wir uns diesen Emotionen stellen. Wir müssten uns an erinnern, weil Stellen vor der wir unser ganzes Leben lang weggelaufen sind. Und da hat natürlich niemand Bock drauf. Niemand hat Bock, seine eigenen Emotionen zu bewegen. Niemand hat Bock, weil die Einsamkeit, die Traurigkeit, die Frustration, die Schab, die Schuld zu fühlen. Aber es wäre der Weg der Befreiung. Wir können uns von diesen Gefühlen nicht befreien, indem wir im Außen etwas verändern. Einer der weisesten Zen-Meister, die ich in meinem Leben getroffen habe, war ein alter Zen-Meister. Er war 78 Jahre lang. Er hat nicht mehr viel gesprochen, sondern eigentlich den ganzen Tag meditiert. Und wir sind dann an einem Abend in der Zen-Küche zusammengesessen. Er sagt zu mir, Peter, schau, die eine Wahrheit, die du verstehen darfst, ist, du kannst niemals deine inneren Themen im Außen lösen. Wir dürfen diesen inneren Themen begegnen. Und wenn wir den Mut haben, diesen inneren Themen zu begegnen, dann machen wir uns auf einen Weg, nämlich auf den Weg des Nach-Innen-Sehens. Und was wir dort entdecken können, ist das, was Buddha gesehen hat. Wir entdecken, dass das, nach was wir uns schon immer gesehnt haben, das, was wir immer geglaubt hatten, das im Außen kommt, die Liebe, die Freude, die Erfüllung, die Emotionen, die wir auf Dinge projiziert haben, entdecken wir in uns. Und auf einmal wird das Leben simpel. Auf einmal lebt das Leben einfach. Und auf einmal erkennen wir, dass alles nur dieser jetzige Moment ist, in dem wir uns innerlich völlig erfüllt fühlen können, unabhängig von den äußeren Bedingungen. Und ich weiß, es ist so weit entfernt von dem, wie unsere Gesellschaft nun konditioniert hat. Und ich möchte nicht, dass du mich falsch verstehst, dass ich den ganzen Tag nur grinsend hier sitze. Auch ich habe noch meinen, ich nenne es einfach mal Karma, auch ich habe noch meine Muster, die sich ausagieren, die einfach ich geprägt wurde. Aber eine Sache weiß ich ganz genau. Ich weiß, wo ich hinsehen darf. Ich weiß, welche Praxis, also welche Meditation, also die Praxis der Achtsamkeit, die Praxis der Meditation, mich nach Hause bringt. Dorthin, nachdem ich mich immer gesehen habe. Und das ist die Einladung an dich. Und das steckt hinter dem einfachen Spruch, du darfst die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Und wir haben dort ein großes Missverständnis, was ich an dieser Stelle auch noch klären möchte, nämlich folgendes. Akzeptant bedeutet nicht nichts tun. Oft ist, wenn wir uns hinsetzen, die Dinge in die Stille führen, Emotionen sich beruhen, kommt ein Impuls, eine Intuition, etwas ganz Kraftvolles, etwas im Außen zu tun. Aber dieses Tun im Außen ist dann nicht mehr aus einem Mangel heraus. Dieses Tun im Außen ist nicht mehr aus einer Frustration, aus einem Jagen heraus, sondern weil es getan werden darf. Weil wir in Verbindung mit unserer Wesensnatur sind. Und dieses Tun ein Ausdruck unseres tiefsten Selbst ist. Und aus diesem Tun entsteht dann oft dieses Leben, das wir uns wünschen. Das heißt, wir bekommen dann das, nach was wir uns in unserer Vorstellung gesehnt haben, nicht indem wir es aus einem Mangel heraus versucht haben zu erzwingen, sondern aus einer Liebe heraus kreiert haben und aus einem Frieden heraus. Doch diese Wahrheit will in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft niemand hören. Und es ist ein krasser Weg, so sein Leben zu leben. Und gleichzeitig ist das, meines Erachtens, der einzige Weg, wie wir dort ankommen, wo wir schon immer hinwollten. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und wünsche dir einen ganz unglaublich, wundervollen Moment. Dein Peter. Tschüss. 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 Vielen Dank.